Als ich anfing vor fünf Jahren, gab es eigentlich noch eine andere Kollegin, die hat sich dann aber leider selbstständig gemacht. Und da kam dann die Jenny ins Spiel, die sich halt wirklich immer hinstellt, jede Choreografie sich selber ausdenkt und auch die Musik selber aussucht und halt quasi von der Straße weg das Tanzen gelernt hat und das ist halt was ganz anderes. Und so ist dann vor zwei Jahren Q-Tip entstanden. Das ist quasi eine große Familie mittlerweile geworden. Jeder kennt jeden. Die kommen nicht nur wegen dem Tanzen her, sondern auch rein weg für den Spaß mit den Leuten, den sie haben. Ich bin die Jenny, 24 Jahre alt und Nico ist seit sehr, sehr langer Zeit ein sehr guter Freund von mir. Seit April 2016 gibt es uns. Offiziell mit dem Namen, den durfte ich auch aussuchen. Wir tanzen Hip-Hop im Street-Style. Ich höre die Musik und habe das im Kopf. Also ich sehe schon richtig, wer wo stehen soll und wie das aussieht. Ich liebe es zu tanzen und es bedeutet mir wirklich alles auf der Welt. Ohne tanzen würde es nicht mehr gehen. Es gibt eigentlich niemanden auf der Welt, der so gut verstehen kann, was ich fühle beim Tanzen. Das macht es für mich besonders. Außerdem ist sie eine richtig gute Freundin von mir. Ich gehe darin auf. Ich kann damit all meine Probleme sozusagen wegtanzen und das ist einfach das, was mir am meisten Spaß macht. Es ist einfach wunderschön hier. Bei Q-Tip zu sein bedeutet mir sehr viel, weil der Teamzusammenhalt ist da und dass es einfach ein Wahnsinn ist wie eine Familie. Tanzen ist mein Leben. So, wie ihr das macht? So – jetzt kommt ihr zuern. So, dann kommen wir mal. Vielen Dank.